Servus und hallo zu Claire de Lune. Wir sind auf irgendeinem Planeten und müssen wir unsere Tochter finden. Yay, weiter geht's. Und im Pausenmo-Ziel Locate the Escape Port. Okay, ja, wir müssen jetzt... Oh, es sieht schon schön aus. Es sieht wirklich schön aus. Kann ich da reingehen? Ertrinke irgendwann? Nein, kann da nicht reingehen. Schade. Was macht das Teil da eigentlich? Cannot attach that surface. Ich kann Würfel... also mit dem Teil machen und wieder wegmachen. Okay. Laufen klappt. Okay. So. Okay, klar. Hier, ne? Ja, gut. Das... nicht jetzt. Tatsache. Gibt dann bestimmt irgendwann mal Upgrades, wo man mir so Würfel machen kann oder so? Da gibt's doch bestimmt was zu finden, oder? Kann man da irgendwo hin? Was... was macht er denn? Ein Würfelding. Hier, hier. Dann komme ich hier, oder? das Umschalttuch-Sprint. Haben wir jetzt schon rausgekommen. So. Hier haben wir unsere Würfelkanone. So, ähm... muss da bestimmt drauf. Okay. Würfelkanone. Bin mir sicher, da kommt noch was dazu. So Upgrades für die Würfelkanone irgendwann. Aber wie gesagt, wissen tue ich nicht. Ich weiß absolut tatsächlich nichts von dem Spiel. Ich habe Screenshots gesehen und so, aber... Okay. Es ist relativ... naja. Seule Open World. Es gibt schon vorgegebenen Pfad, aber... keine Ahnung, wo ich da hin muss. Okay. Okay. John! Stop, 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 stop. Okay. Ich habe eine fantastische Idee, die du magst. Ja? Also, die Kube wird eigentlich fallen mit Gravität. Well, irgendwie. Its Nanomatter ist zusammen mit einem Array of Metrion particles. So it has no real center of mass. But that's how I designed it, by the way, so it won't tip over. Yeah, the engineering is really quite ingenious. Turo, what are you getting at? Right. I was thinking you could drop the cube on that leaning rock over there. You know, knock it down and create a bridge. Just spawn the cube somewhere up above and let it fall. Ah. Okay. 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 So. Quasi. Naja. Hat jetzt eher so semi funktioniert, ne? Falter mal runter. Okay. So. Jump'n'Run Tutorial für... Was jetzt da rüber? Offensichtlich. Offensichtlich. Hm. Funnel Fakt. Older models of your suit used to have a continuous propulsion system. But after many deaths and misuses for criminal activity, it was banned from public sale. Okay. I could use a propulsion system right about now. Okay. Okay. Da. Das Baumpunkt erscheine mir so halbwegs ein wenig fair gesetzt. Okay. 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 Dreh zu. Mach da Würfel hin. Steuerung ist auch nicht so hundertprozentig. Hopp. Okay. Jetzt ging's. Gut. So. Und dann hin. Ja. Könntst du... Ich hab im Vergleich natürlich jetzt immer mit Relikt da, weil man halt das... sehr gut gefallen hat. Und das noch nicht so lange her ist, als ich es gespielt hab. Aber so... Okay. Bin ein bissl tot. Aber nicht... nicht viel. Okay. Da ist irgendwas. Auf einem fremden Planeten. Und das ist die Blank. Das ist die Blank. Das ist die Blank. Der Blank des Blank. Das wird die Blank. Ich weiß nicht ob das eine gute Idee. Oh, diese Blank? Die werden nicht verschlebt. Außerdem habe ich eine Idee für diesen Blank. Oh. Das ist die Blank. Was er da? Kannst du eine Passt? was will er von mir locate bit-sequenz okay 0011 0011 1101 enter 0011 0014101 0011 das passt schon ich werde mit hier 1er 01 da war es ach einfach rein schreibt es so einfach 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, enter. Yay. Okay. Aber haben wir nur für. Ah ja, nur so Idee, ne? Was kann ich mit diesem Nanocore machen? Ja. Eh, es okay. Go on. I was thinking we could program your Nanogun to produce a, uh, a Nano-Trampoline. Nano-Boinger. Nano-Badoingadoing. Name isn't important. What does it do? It would be like a disc on the ground that propels you upwards when you step on it. You could jump higher, further, and farther, just like a trampoline. Sounds good. Send over the code. Okay, it's all ready. What should we call it? I like Nano-Trampoline. That's a mouthful. Call it a booster. It doesn't work like a booster, though. It's more like a trampoline. Booster is fine. Call it that and let's go. Okay, fine. Ah, I can wechseln. Ha! Perfect. Weg. Weg. Da. Sehr gut. Dann macht der Trampolin, dann macht den Würfel drauf. Mhm. Nano-Trampolin. Yay. Press, was? Ah, okay. Es sieht wirklich schön aus. Es ist... Gefällt mir. Optisch. Top. Es ist wirklich schön. Ah, stopp. Da. Und... Ui. Yay. That rock... Doesn't look like a rock. Huh? John, that really didn't make any sense. It has spikes all over it. Looks like a beetle shell. Oh, well, don't worry. I won't tell anyone that you're scared of a tiny rock. Whatever. I'm staying up on the cliff here. Okay. Weil, was passiert, wenn ihr da runter geht? Das will ich jetzt wissen. Äh, okay. Nein, nicht so gut. Okay. Ja, du hast mal gesagt, ich soll da nicht runter. Oh, nö. Wo bin ich nicht? Ah. Da. That rock... Doesn't look like... It has spikes. Whatever. Look out! Whoa! Whoa! Can I use the cube to shoot these things? Uh... If you'd lured one near a wall, you could drop a cube on it. Okay. That's a good idea. Keep that in mind. Thanks. Yeah, it was a good idea, wasn't it? But though, you probably just want to avoid them. Stay up on the rocks where they can't reach you. Okay. Hätte ich jetzt schon gerne einen Würfel drauffallen lassen. Da. Äh. Das ist eher ungünstig. Okay. Okay. Und nu? Ah. Rauf. Okay. Da. Ah. Okay. Weiter rauf. Irgendwie. Okay. Noch weiter rauf. Und nu? Na, drunter fallen. Mist. Wohin? Ich verstehe nicht, wohin ich muss. Okay. Das war offensichtlich richtig. Ich muss da irgendwie rüber. Hier kommen wir ja nicht weiter rauf, oder? Okay. Nein, 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 nein. Da bleiben. Okay. Nicht so gut. Na, Moment. Ich versuch's einfach. Okay. Okay. Dannet. Gate to escape pod. Ja, 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 ja. Sobald ich da irgendwie drüberkommen bin. Ja. aber mal versuchen kommen da jetzt drüber bestimmt stink einfach nur stimmt einfach sein ich muss ich muss doch darüber oder okay so nett wie kommt ein so eine scheiße die kommen wieder auf aber bringt mir nix ich weiß noch immer nicht wie darüber kommen soll die auf keinen fall ich bin mir da klingt mir jetzt erst mal nix oder kann man nicht vorstellen dass das der reguläre richtige weg ist kann man wirklich nicht vorstellen die kann ich denn im teil da irgendwie was wird da okay du scheinst zu gehen weg 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 okay da ist das komische dings weil die da runtergebe ihr tot wahrscheinlich da ist die komische krabbel ich habe keine ahnung wie wir da weiter kommen sehen wir in der nächsten folge vielen dank fürs ansehen servos ich habe